Wäre es nicht herrlich, wenn ich dir eine Pille versprechen könnte oder ein Wochenendkurs, wo von morgen an dein Leben sich um 180 Grad dreht und alles so ist, wie du das willst? Das ist illusorisch, das wissen wir natürlich auch, denn zur Veränderung braucht es Zeit. Wir müssen neues Handwerkszeug lernen und dann eben auch umsetzen. Wir sprechen über alles, was es einfach zum Leben braucht. Das sind in erster Linie natürlich auch Gefühle und Emotionen, wie man die meistern kann, wie man überhaupt Mut bekommt. Und nein, das ist nicht eine Sache, die man einfach hat oder nicht hat, das kann geübt werden. Wie man authentisch lebt, wie wichtig die beruhigende Ordnung ist für unser Gehirn und vor allen Dingen auch, was sind unsere Ziele und will ich das wirklich? Oder laufe ich da irgendwo in einer gesellschaftlichen Idee mit, die eigentlich nicht meine ist? Wenn du bereit bist dafür, freue ich mich, wenn ich dir Unterstützung sein kann. Lebe die Sehnsucht deiner Seele. Die Sehnsucht der Seele Die Sehnsucht der Seele